Herzlich Willkommen bei FemmTV. Mein Name ist René, wir sind Trendisch, Steilis und Modern und ich freue mich auf auch bei jeder Berichterstattung. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlich Willkommen bei der Vorberichterstattung, das Rückspiel in das 40. Finale der Champions League, Borussia Dortmund gegen Manchester City. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ciao, ciao. Hallo. Herzlich Willkommen bei der Vorberichterstattung Borussia Dortmund gegen Manchester City. Das Rückspiel der Champions League. Jawohl. Und ich bin vorbereitet. Und seid ihr es auch? Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Weil, warum freue ich mich? Die Chancen sind so groß, dass wenn unsere Jungs das abrufen, was wir ins Hinspiel gemacht haben, einigermaßen miteinander, füreinander kämpfen. Leute, dann schauen wir es. Halbfinale der Champions League. Borussia Dortmund. Wir reden nicht über Juventus oder Real Madrid oder sonst noch. Wir reden über Borussia Dortmund. Wir haben die Möglichkeit, das zu schaffen, wo niemand dran geglaubt hat. Einzug ins Halbfinale der Champions League. Leute, Halbfinale. Die Jungs müssen fokussiert sein. Die Jungs müssen willensstark sein. Die Jungs müssen heiß sein. Miteinander, füreinander. So wie es die Bellingham gezeigt hat. Grätschen, holen die Ball, kämpfen, spielen, zack, zack, zack. Und die Citizens unter Druck zu setzen. Sorgen, dass wir ganz schnell das Eins- oder vielleicht sogar das Zwei-Tor nachlegen können. Dann haben wir einigermaßen ein bisschen Ruhe. Aber nicht aufhören, Fußball zu spielen. Nach 10, 15, 20 Minuten werden wir 2-0 führen oder 1-0 führen. Nein, das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, dass wir auf diese Art und Weise den Spiel, den Ball zu halten, nicht davor prädestiniert sind. Wir sind dafür, über den Flügel, durch die Mitte, mit Haarlem, mit Sancho, mit Bellingham. Entschuldigung, Sancho ist leider noch nicht da. Dafür haben wir den Knauf. Miteinander, über den Flügel, Kombinationsspiel. Die Citizens unter Druck zu setzen, dann schaffen wir das. Ich sage es nochmal. Borussia Dortmund hat heute Abend nach langer Zeit wieder die Möglichkeit, davon zu träumen, einzuziehen ins Halbfinale der Champions League. Mei, ist das geil. Das ist so cool. Und ich möchte einfach heute Abend für den Bildschirm mit all unseren Familien und Freunden und Bekannten gemeinsam schreien. Yes! Wir haben es geschafft. Yes! Halbfinale. Ich könnte stundenlang so reden, weil ich einfach freue mich, Bolle. Es wird so cool. Es wird so geil, wenn die Jungs das abrufen wie letzte Woche. Dann bin ich gute Dinge. Und wenn wir alle die Mentalität haben von Haarland, diese Bulle, die da über der Feld stampft und grätscht und macht und tut, 36,94 kmh auf den Platz zu bringen. Wenn wir alle daran mitmachen, ihm ins Spiel holen, dann schaffen wir das. Leute, ich freue mich morgen und hoffentlich mit genauso viel Stimmung zu machen, weil dann habe ich gute Nachrichten. Dann sind wir ins Halbfinale und gehören zu den vier besten Mannschaften von Europa. In dem Sinne, ich wünsche euch heute viel Spaß. Pass auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei FNTV. Dann bin ich wieder da. René. Ciao, ciao! Vielen Dank. Vielen Dank.